Jetzt habe ich es endlich einmal geschafft, dass ich hierher komme zum Armin. Armin kriegt auch mein Newsletter. Er gehört einem von den über 3000, die mein Newsletter bekommen. Armin, mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst kriege. Ich nehme anschließend zum Frühstückessen. Bienenstich ist die Pfefferspür. Mache ich manchmal selber, ist eine Sauarbeit. Das ist sehr viel Arbeit. Und das war für den Kursch und die ist alles dabei. Wir fahren nachher mit Transchip Manor und ich bin froh, dass ich es einmal geschafft habe. Ich mache noch ein paar Bilder und dann kommt es in den nächsten Newsletter. Ja, schön, vielen Dank. Ach ja, seit der Markt aufgemacht am ersten Tag. Wie ist das passiert? Ihre Mutter, die hat in seinen Personenzeit untergebracht. Und sie fragte uns, ob sie den Bazar und ich sage, den Kugelang. Da haben wir auch noch. Die hat mir 13 gemacht und die waren so schnell weg. Und dann kam der Markt, war eine kleine Anzeige. Macht sie das nur hier? Nur für diesen Kuppel. Wir backen Donnerschaft und Zweiter. Und danke für uns. Das ist schön. Das ist schön. Das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Norbert schickt doch mal ein Schock. Ja. Norbert, das musst du dann auch schon. Das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Das hat er doch Schock. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht.